Ah, der da hinten, solange er nicht näher kommt, ist es okay. Junge, du hältst was aus. Jawohl, ein Stoffenaufstieg, Teamwork, der Einzige, der schießt, bin ich, liebes Team. Aber ist schon okay, Mats. Ein großartiges Team hier, ne? Nehmen wir mal die Pissle. Ich fahre jetzt aber runter. Es sind noch Feinde da, Leute. Es sind noch Feinde da. Oh. Wir looten hier, mitten im Fight. Das macht man natürlich so. Warte. Warte. Wo, 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 wo. Ein bisschen doch nicht so geeignet. Na, außenfalls haben die mal mitgeschossen. So, überreste die, bitte den Gehlen. Wir können mit ihrem Abbauinterface Mineralien extrahieren. So. Ah, wir haben die alle. Nice, nice, nice. So, was. Abstaubematerial. So. Was war's jetzt hier, oder? Da ist noch was. Cardium. So, und das hätten wir dann. Oder? Ja. Das hätten wir. Was machen wir jetzt? Hier gibt's dieses Schütterelekt. Das sind die Monolithe. Das sind die Mineralien einsammeln. Ja, es ist ein riesiger Planet. Ja, dann würde ich sagen, das da. Danach kümmere ich mich um den Monolith. Das wird dann eine ordentliche Herausforderung wieder. Weil. Das Ding ist riesig. Die Mineralien an dieser Position wurden... ...abgebaut. Oh, ist das easy hier. Da muss ich hin. Oh, kacke. Ich bin falsch gefällt. Da ist auch nur ein interessanter Ort. Da fahren wir vorbei. Das ist praktisch. Und zwar das da. Das ist aber ein paar Machen. Ja, dann mach mal das mal. Ja, dann mach mal das. Gibt es nicht mehr. Ja, dann mach mal das. Ich hab keine Ahnung, was das ist. So, man kann nicht mehr zunehmen. Mit der Zone, ey. Oh, mega Silizium. Nice, wir haben alles. So, das hätten wir, hier können wir nichts machen und wir könnten versuchen, wir uns hier zu sehen. Ein Riesenhaus für die 1, 2. Hm, das ist das Fette da. Los da! Okay. So, immer einen guten Parkplatz würde es sein. Es wird wieder so ein Rätsel werden, aber okay. So, schauen wir mal, also wir müssen wahrscheinlich das wieder aktiv... Was schießt denn hier rum? Alles klar? Säkter, da ist doch was! So, da, ein paar Granaten tun euch ganz gut, ihr Madenvieke. Was für ein Pfosten da, ey? Boom hat's gemacht! Und die Überreste wohl immer. Looten ist... Ja, Manni! Beziehungsweise, was ist denn? Schon wieder einer, oder was? Noch so ein Mistficht? Oh, 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 oh! Du bist dick! Oh, Scheiße, ist der fett! Boah, steckere Waffe. Ey! Nicht von der Seite! So, den Hammer. Mach mal den anderen. Na, Kampf! Na, da! Na, da! Na, macht man das? Lass mich doch nicht verarschen! Fetten Mistficher! Na, Kampf vor der Win! Ich lass mich doch nicht verarschen! Wer ist noch so lästig? Boah, jetzt hab ich was entdeckt! Das ist geil! Ist hier eine Fähigkeit? Die kannte ich noch gar nicht! Na, Kampf machen fast mehr Damage wie... Fernkampf! Ist jetzt Ruhe hier? Sind die lästig? Oh, Mann, 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 Mann! Da ist nur irgendwo einer! Mit einem Scan müssten Sie die fehlenden Glyphen finden können. Schönen Nahkampf! Jawoll! So, ist jetzt Ruhe. Ich glaube, das genügt. Noch immer nicht. Wieso lässt sich diese Viecher? Mistfich! So, haben wir's! Lästwanzen! So, dann können wir das mal einnehmen! Schauen wir sich das mal an hier! Einnehmen! Deaktivieren möchte ich's! Gucken wir mal! Jo, wir müssen wieder Glyphen finden! Alles klärchen! So, das heißt, da oben ist einer! Wo noch? Nur da oben? Okay! Warte mal! Und da oben! Okay! Okay, die zwei da! Die zwei dicken! So, dann versuchen wir mal da rauf! Oh! Hüpf! Was ist los? Da haben wir's! Das ist okay! Und da ist eins! Und wahrscheinlich da drüben auch noch, oder? Ne, da! Das war das da! Ist hier ein Raumschiff irgendwo? Warte mal! Das ist das da! Und das da! Ja! Eigentlich hätten wir's jetzt, ne! Können wir? Hoffen wir! Wenn ich den Falschen erwische! Okay! Da fehlt doch noch was! Ja, ja! Was du denn sagst? Da war ich doch schon! Warte mal da! Auf der Rückseite! Ich glaub den habe ich noch nicht! Ja! Der fehlt! Warte mal! So! Wenn ich's falsch mache, kommen wieder Feinde! Also wäre gut, es richtig zu machen! Ich hasse diese Rätseln, aber... Boah! Das ist ja ein extra großes! Fick doch! Ich nochmal, die sind kleiner! Okay! Benutzen sie das! Ich habe einen Schlüssel! Ja! Ich könnte jetzt bescheißen, aber ich versuch's mal so! Wenn ich's nicht schaffe, bin ich's am dran! Boah! Fünf verschiedene Kombinationen! Ich versuch mal mein Bestes! Am besten hier anfangen! Das ist leichter! Den Hammer! Den Hammer! Den Hammer! Also kann sie nur der und der letzte sein! Die Frage ist halt nur, wo, was! Ne? Gibt ja nur zwei Möglichkeiten! So! Indem das der hier schon ist, weiß ich, dass der das nicht ist! So dumm es sich anhört! Das ist richtig! Und das ist richtig! Die zwei sind 100% richtig! Das weiß ich! Dann kann ich den hier 100% sagen! Weil es kann ja nur der sein, was fehlt! Der ist nicht! Der ist es! Der ist auch 100% richtig! So! Dann haben wir den mal weg da! Bis jetzt habe ich nur Sachen, die 100% sind! So! Und hier ist halt die Frage! Welcher von denen ist es? Der ist es nicht! Der ist es auch nicht! Der könnte es sein! Der auch! Der nicht! Okay! Okay! Also! Nochmal von vorne! Der könnte es sein! Und der! Jetzt ist halt die Frage! Die zwei könnten vertauscht sein! Das ist eine Möglichkeit! Muss mal gucken! Muss mal gucken! Muss mal gucken! Okay! Ach! Schwierig! 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 So! Der könnte es sein! Und der könnte es sein! Okay! Okay! Der könnte es sein! Und der könnte es sein! Nee! Der könnte es nicht sein! Warte mal! Der könnte es auch nicht sein! Warte mal! Der könnte es schon sein! Warte mal! Warte mal! Was ist, wenn die die Bären vertauschen? Das müssen wir... Nee! Die kann es nicht vertauschen! Das ist schon richtig so! Aber der kann nicht da sein! Die oben stimmen! Das kann es nicht sein wegen dem! Das kann es nicht sein wegen dem! Also nochmal von vorne! Das kann es auch nicht sein! Das muss es sein! Nee! Das geht nicht wegen dem! Okay! Das geht... nicht wegen dem! Das geht nicht wegen dem! Das geht nicht wegen dem! Das geht nicht wegen dem! Hä? Dann gehen wir das mal hier ein! Okay! Dann muss hier ein anderes sein! Und zwar! Das geht nicht wegen dem! 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 Hä? Müsst du dann die zwei vertauschen! Okay! Ist das kompliziert! Irgendwas stimmt da nicht! Irgendwo ist der Hund begraben gerade! Oh Gott! Das wird was werden! Kann sein, dass die zwei hier vertauschen muss. So, der ist nicht, der ist auch nicht, das könnte es sein, das kann man nehmen, ok. Ok, stimmt. Keine Zeile, Spalte, Makete, wenn wir das selbe Glühmchen mehrmals abhalten. Das da innen muss auch verschiedene haben, ok, langsam kommt man nie an der Sache, so ist es gut, das kann es nicht sein, das kann es sein, theoretisch, so, das kann es auch sein, ok, ich glaube so haut es hin, ich muss es nicht nur mehr kontrollieren, sonst wird es nichts. Boah, es ist kompliziert, also, das kann es nicht sein, das kann es nicht sein, das könnte es sein, das kann es nicht sein, das könnte es aber auch sein. Ok, also zwei Möglichkeiten, es könnte das sein, das ist nicht, und das kann es sein, ok. Gut, hier habe ich zwei Möglichkeiten, wie schaut es denn hier aus? kann es nicht sein, kann es nicht sein, das kann es sein, probieren wir es mal, und das kann es auch nicht sein, das könnte es sein. gut, das kann es nicht sein, 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 das kann es auch nicht sein, kann es das sein, ja, glaub meinen Dings, stimmt das? So, und hier muss es das sein, das würde auch passen, eine andere Möglichkeit gibt es nämlich eh nicht, und es passt auch so, weil ich muss sie dann nur mehr kontrollieren, so, dann schau mal, das ist nett, das ist nett, das ist vielleicht, warte mal, das ist es, es passt auch rein, das ist nett, das ist nett, das muss es von der Zeile aus sein, passt hier rein, oh, es passt, ich glaube ich habe es gelöst, so, jetzt kontrollieren wir das noch mal von oben her und es darf nichts doppelt sein, das ist ein Scheiß Zeich, jetzt erst so und dann so, äh so, hier passt es, ne? da darf nichts doppelt sein, wenn wir uns Fahrschein gehen, dann können wir feiern nicht. Wir machen wieder mal einen Cut, wenn es euch gefallen hat, abonniert mich, liked mich, schreibt einen Kommentar, ich würde mich wirklich drüber freuen. Bis zum nächsten Mal, euer Zocker Andi von Gameplay Deluxe, tschüss. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.